der brennen gewonnen hat den city event in moskau vorsprung gar nicht einmal so groß aufträger lute jetzt nicht einmal zwei zentler und bekümmert oder routine ausgebaut ist dieser kritische da auch gut macht ist in bestechender form war gestern wie gesagt seite geschlagen nur von michaela schiffreden und greift jetzt einmal nach der zwischenführung nach vorsprung ausgebaut auf satte sechs cent sekunden eine kraft jetzt klappt sie vorn drauf auf die oberschenkel aber das sollte sich aus 40 zu unterbieten das macht lena tür